Ja. Bei Dina geht es heute um etwas, wovon wir eigentlich alle die Nase gestrichen voll haben. Skandale. Da haben wir die politischen, die gesellschaftlichen und die intimen. Am interessantesten scheinen uns die zu sein, die alle drei Möglichkeiten in sich vereinen. Über einen Mangel an Skandalen können wir im Moment ja wirklich nicht klagen. Ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie da waren. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen und wenn Sie Lust haben, in 14 Tagen wieder Dida zum Thema Schmutz. Tschüss. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ich bedanke mich bei Ihnen.